ja leute herzlich willkommen zu diesem neuen live stream ich gucke jetzt erst mal ob es nicht lag und dann ja ich suche jetzt erst mal eine runde und in der zeit stelle ich schon mal alles ein das team auch läuft ja ich lese sofort die nachrichten vor weil ich mein thumbnail eingefügt habe okay thumbnail ist eingefügt so moin cyrex ok sorry warum kommt es eigentlich nicht mehr fort knallt ok schon wieder der pin so hoch mein gott mal gucken wie es wird soll einfach nur unter 50 bleiben oder wenigstens unter 100 wäre auch okay ja sauber danke ich liebe dich ok manchmal auch nicht aber egal ok 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 ich brauche unbedingt live da ist sie klar grüßchen raus an dich wenn du mitzocken möchtest schreib ausrufe solchen epic rein ist auf jeden fall ehrenhaft wenn du abonnieren würdest damit ich meine 400 abonnenten erreiche ich komme jetzt gleich online ja ok ok ist ganz ok kann ich in einer halben stunde mitspielen ja warum nicht der shot war so schmackhaft ok mein gott ich dachte kannst du das lied auf was es passiert dann machen hört die gerade musik ich dachte dass ein spray waffe sonst hättchen geholt der kleine spaß die alter niklas 1 1 1 alter opfer sonst wird das kannst du schon machen sonst wird deswegen gesperrt ach so kennst du das lied auf was ja kenne ich bist du meine fl teilziegler dann schreibt mal rein ja oder nein ok dann warte ich jetzt mal so muss aktualisieren achso ja dann ist ja ok hier 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 ich habe selber nicht viel wie wachs und warum soll ich dann was verlosen ok 2000 ist jetzt nicht wenig sondern aber das ist jetzt die welt teils bin bei ehrenhaft hier ja ich wenn es sagt ähm karim haste party habe ich nicht wenn der party macht mich einlädt sehr gut ist die grafik gut ich mache mal höchste grafik ja bisschen verpixelter das aber immer so auf playstation kann man nichts machen ich bin bis ich von meiner shotgun nur spaß die 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 alter sollen wie du es ja klar sondern entspielen sollen wir spielen das scheiße kommt er mich da pushen und ich habe nicht viel habe aber ich habe den anderen gegnern angenommen die lage wo tops genommen oh mein gott habe ich den auseinandergenommen so dann kommen wir mal jetzt ränder so spielschild so hallo ok so das sandman ist geil was ich gemacht habe wo ist sie ja youtube account hat er viel ach galaxy auch mein gott aber warum not x2 warum ja ich wurde gehackt mein account wird halt wirklich gehackt ich habe auch zurückgeholt dummer hacker alter ich glaube es ein hacker bei mir unterwegs nur ich schwöre ich mache keinen spaß mein ganzer account wurde ich soll ich erzählen dann können jetzt die leute das auch mitbekommen die gerade im stream sind also der ist bei meinem cousin reingegangen er hat mit ihm geschrieben er hat seine e mail adresse geschrieben du nur wir haben kommt noch ein frisi hat den ganzen sein e mail adresse geschrieben obwohl ich nur mein cousin kannte so war schon ein bisschen komisch ist na so dann hat der hat der halt meinen epic namen geändert hat alle freunde gelöscht und so ich hatte kein zugriff auf meinen account dann habe ich meine account zurückgestellt habe die e mail adresse von dir zu dir hinzugefügt hat seine e mail adresse habe ich entfernt dann habe ich eine e mail adresse hinzugefügt zur sicherheit dann den nutzer hat er doch alles geändert der account hieß auch auf youtube louis schmidt und so ganz komisch und junge free sie kommt kommen hier guck mal ausrufezeichen epic schicken epic anfrage wir machen 1 gegen 1 da gucken wer ein noob ist auf jeden fall der halt alles geändert und so darf ich meinen da hat mein habe ich meinem cousin übergeben hat dann halt alles um geändert auf die hinne so mein epic name war dann halt nur 92 los 92 und ich hab den halt geändert dann also mein cousin hat den für mich geändert ich konnte den noch erst noch zwei wochen ändern aber ich hab den halt jetzt schon geändert oh mein gott wieso ich hab die salute heli zu schmackhaft aber ich muss mir jetzt erstmal bandys können jetzt mal leise heno games erstmal grüßchen raus an dich warum soll ich leise sein ist doch mein stream oder meint so ich soll leiser sprechen die ja dieser früsi was das für eine scheiße man guckt ihr mal mein stream an was ich gemacht hab dir das mal an mit rocket launcher guckt ihr richtig unlogisch heno games die mal diesen noob an alter dex dextro sorry editing meister sorry sorry hier gegen diese den saka weil ich hochgejumpt bin ich sollte auf känguru machen schmackhaft schmackhaft geil jetzt habe ich 2350 wie bachs ist doch schmackhaft wieso putzer henrik wenn du noch drin bist dann schreib mal was rein das wird nur angezeigt oder ich mache eben spielmodus wechseln weil sonst spielen wir auf ich habe gerade auf pc die spielmodus warum jetzt haben wir das zu krass alter das habe ich halt selber gemacht nur auf dem handy guck dir das mal an das ist so krass ich weiß ja ich muss das ändern ich muss dieses hype weg machen was soll ich denn dahin machen aber das ist geil alter ich feier das ja ja und spiel ist solo ja 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 ich bin mir kann ich mit spielen aber ist da und gleich auch ja du ja du kannst du sagen hatte mal ausrufe zeichen epic so erst mal clash power 1 grüßchen raus und acht mal sweat sweaty auch grüßchen aus an sich ja ich bin hier mit einem abonnenten drin denn schon etwas länger kenne so viel von richtiger ehrenmann er hat mir black ops 3 geschert ich habe auch sein account und so also das ist schon ein richtiger ehrenmann könnt ihn fragen ich habe ihn nicht gescannt schickt mir eine fa und sagt mir bescheid wenn du mir eine fa geschickt hast clash power dann nehme ich sie an guck dir das mal an ja mal richten oh mein gott da lag ein silence gar und gold das ist im main gebäude so gut ne ist fast fertig ja okay push mich mal sehr tat 5 euro dann push ich dich nein spaß ja warum soll ich nicht pushen kummer ich puste ich meine abonnenten sind selber nicht aktiv er baut ihr das selber selber auch das ist viel besser glaubt mir und denkst ja dann aber immer noch so ja wann kommt die abonnenten und so ich weiß bei mir ist das ist auch so guck mal von klein an groß an zu aufzubauen das ist nicht leicht ich weiß aber mussten naja will aus do з1 wenn du willst können wir eins gegen eins machen oha junge es leckt unnormal so ist silence oder komme ich nur mal sein das gar nicht einfach mal so mal gucken wasser passiert loop 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mr. Golden Shane, wo bist denn du jetzt hier? Zeig mal, neintisch, ich lade dich ein. Äh, ne, 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 ne. Komm rein. Mr. Golden. Die Beitrittgruppe. Hä, wo bist denn du jetzt hier? Nein. Ah, Butza, komm rein. Oder was? Nee, egal, egal, egal. Butza. Komm, ich spiel, spiel, chat. Hä, kann mein Freund mitspielen? Ja, aber stelle ich mal ein bisschen leiser. Ja, aber wenn jemand aus dem Chat sagt, der möchte mich spielen, dann muss dein Kollege raus. Okay. Ja, guck, was ich lade, was ich sammle? Butza, kommst du rein? Kommst du rein in die Lobby? Ja. Ich bin beide richtige Lübs. Ich möchte mich spielen. Ja, sehr touch, dann komm noch rein. Du bist, glaub ich, gar nicht online. Wir haben halt beide noch gar keine Siege. Let's go. Äh, Tais, Siegler, Sertac, 1-1, oh, oh, Sertac, Ansage. Nussan. Naja, ein Noob nimmt doch niemals sowas an. 70, 86. Noch ein Sieg, dann haben wir die 90. Fast 90. Wallah, bin so gut in Nintis. P-S-N-X-M-X-T. Das ist nicht viel. Cousin von mir hat fast 500 Siege. Schön, die Klinik. Also 90, 90s Drehung. Ja, ist ja 90s. Oder voll. Deshalb heißt das ja 90s. 90 Grad. Weil diese vollen, weil diese, diese, diese vollen 90s kann man halt nicht richtig 90s nennen. Das heißt ja 90, weil das ja eine 90 Grad Drehung ist. Ach, magst du, Pisch, bist du? Jetzt weiß ich, wer du bist. Oha, es leckt, es leckt. Ping, geh mal bitte wieder runter. Ich gehe hier kleines Haus. Ich gehe blaues Haus. Wer pisst sich von hier? Drecksgegner. Ich habe keine Waffe. Oha, hier ist ein No-Skin. Ich habe hier eine Klinik. Und die Jakobel. Mann, das kommt ja so cool. Oha. Alter. Ja, was ein Spacko. Bootser. Ich spiel, shit. Oh, mein Gott. Die Sonne durchspielen. All diese Mäste machen. Die sind jetzt nicht so gut. Okay, warte mal kurz. Karin? Ja. Können wir machen. Ja, der Kild steht bei mir. Ja, der Kild steht bei mir. Mach es mich oder wie man auch immer heißt. Mach es mich. Nee, geht ... Ja, wie ... Komm, wir gehen Party Chats, glaube ich, besser. So, schon angenehmer. und leute sagt mal ob ich mir die neue tarnung holen soll ja wenn du willst kannst du noch im 10er psn dazu holt für mich euch auch alter warum hast du verlassen ja weil ihr seid nicht pushen gekommen ihr habt mir nicht geholfen und clash power also fa was ist party chat auf playstation gibt es party und und der sound ist besser wenn man über party text als normal stehst du gleich power teilt siegler hat gesagt dass man kommen soll kreativ wollen willst du und tildet teilt siegler teiler den stream auf ehren clash 1 ist 1 kommende mann ich glaube ich habe letztes mal gegen die schwarze mann gemacht und ich glaube ich habe gegen dich und noch einen abonnenten 20 kills gemacht ich habe nicht mal richtig ernst gespielt heute habe ich gegen so einen kiffer 1-1 gemacht ich habe den auch auseinander genommen oh mein gott ey wenn das ein gegner wär oh mein gott aber ich bin besser geworden ja hoffe ich mach ich dachte auch dass eine arka ne ich brauche hier ne ich habe weniger hp als du okay eigentlich nur zwei hp weniger medkit oh mein gott gönnt und hier sind wenn ich dahin sind auch noch mal wenn dies dahin ja okay brauchst du noch wenn dies komm ich fünf komm ich geb dir noch mal ein so ja egal hier ist noch ein medkit komm her komm her willst du medkit du bist nur am essen ne hier unten liegt noch mal ein medkit hab ein lady was sagen die ex was das eigentlich für diese neue falle ist die starke oha 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 atme leiser junge dafür kann ich nichts warte mal sollen wir turnier spielen aber das regt auf ja ich weiß das kann man für nix es habe null punkte glaube ich ich komme jetzt so oder zuschauer weiß ich komme sofort ich komme sofort wo sollen wir landen wenn er nicht so gute gegner sind sollte oder fädel das war was da sind zwei spitzhacken hier ist einer bei mir mein gott alter keine waffe trägt spaß die alter ist mir die eier kräumen mein gott alter tut der mir auf pro für der größte noob ist alter ein 101 alter er verkauft seine playstation spaß die alter hundeschmack schluck 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 und schlägst du du stößt nein ich komme gleich ach so drei mal drei sind zehn wie die video Tilted ich habe warum so viele ich glaub strengt mein bg junge ich springe ich springe der springt nicht egal nicht schlimm hier ist ein gegner bei uns direkt daneben hier ist ein gegner bei uns direkt daneben hier 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 nimm mal die sniper mit bitte asylums hier 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 er ist gewünftete spassen haben wir gehen dahin wieder nancy ein rentner weil er langsam ist so hätte er das jetzt gesagt vor du fällst du auf dem laptop mit deinem rücken so hinten auf die tasche und dann beiden sind gegner ich komme mit dir wo ist das jump head von wo nein auf main zeitgleich mal in kreativ video 90 die scott ja Ja... Wo ist er? Warte, ich komme von oben! 5 Punkte... Hier Minis... Oder hast du Minis? Okay, ich hole dir eben Bandis... Weil ich weiß noch, wo welche sind... Ja... Ich glaube... Hier, komm, hier rein, komm! Wie viel Armonie hast du? 104, ähm... Ja... Wir müssen in die Zone... Was haben wir mit Jumppad? Oh, Junge, Mann! Oh, Mann! Du atmest laut... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Warte mal, ich mach das jetzt so... Hallo? Hörst du mich gut? Besser? Glauben, ich spiel Chat! So, hallo? Magst du Pisch? Ja, ich glaube, ich kann nicht reden... Ähm... Okay, komm, wir gehen... Äh... Creative Mode... Ähm... Ich glaube, ja... Ich kann dich hören... Ja, okay, gut... Wieviel Monitore hast du? Also, magst du Pisch, du? Habe drei... Oha! Wie alt bist du? 25 Hast du Discord? Komm hier rein, hier! Hat der Mals? Ach so, 15 ist er... Sind jetzt alle drinnen? Einen sehe ich... Ah, okay... Hast du Discord? Schreib mal rein! Und nicht runterschießen! Das liegt wieder bei mir... Wie sie kommt auch schon gemacht... Und sagt er... Was? Ach... Was war eine Diege? Wo war eine Pamp? Aha! Ja... Dann geht's zum anderen Spawnpunkt... Egal, blau ist besser... Okay, komm mal an mein Discord-Server rein... Boah... Ich bin so fettfingerisch... Lol... Ich hab schon die... Dann geht's... Boah... Wie heißt... Er kommt von Seite, er macht Auge, egal, er hat einen Legal Hips. Ich höre dich auch so, okay, schick mir mal auf Discord ein Foto von deinem Gaming Setup, hier. Ich glaube ein Kollege schreibt für ihn und er zockt. Ich bin aber schlecht, ich bin Handy Gamer, ich will auch mitmachen, ja, dann schicken wir mir eine F. Ah, wer, wer macht Beef, wer macht Auge, wer, Maxi Pisch, du, oder bist du das, Bootser. Was denn? Headshot. Ja, man hat mir ja einen Headshot gegeben. Ich. Okay. Geil. Ich baue mich ein und hier mich. Geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. oha es leckt wohl bei mir ich kann gar nicht bauen ohne 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 ich war annehmen das kann man nicht als kill zählen kann ich mitspielen der ja wenn du wenn du jetzt auch reinkommst dann starte ich noch mal neu schiebt mir eine epic anfrage tour kommando warte startet sofort neu wenn der jetzt reinkommt dieser fuchs oder keine ahnung wie der heißt frucht zwerg der frucht genau doch klein auf oh fight to door hey was hat der die shotgun die spontan irgendwo das kann nicht sein obwohl man die schadte jetzt auch und kann jeder seine eigenen waffen werden nein kann er nicht die festgelegten waffen weil sonst ist unfassbar ich kann sagen ja ich nehme jetzt im rocket launcher mit der baut mit stein mit holz bauen nicht mit stein bauen aha butter ist so ein schwein ich höre ich das reicht mir ich habe dich schon als freund war ja dann trete mal bei mir bei schon mal dann trete schon mal bei mir bei ihm kreativ dinge ist der pc spieler ja der ist aber nicht so gut ich habe den letzten mal schon hops genommen ok weil er wollte so zu mir kommen ich habe dann die zehn ab dem swan erteile geben so peinlich la marge ja der ist aber nicht so gut ich bin mit runter ich meine das ist mein komponenten bleibt doch mit was sagst du da junge kannst du vielleicht nicht ja du bist nicht so gut du weißt du selber dass ich letztes mal auseinandergenommen hat ok ich habe jetzt jedoch schon okay starte noch mal von neu spiel beenden und max du zeig mir mal von wo du jetzt die pampers weil das ist dass eine zu starke waffe zeigt mir das mal ich schwöre ich möchte wissen von wo er die pampers warum stößt ich muss jetzt einmal überall die ganzen swan flächen durchgehen ich warte mal wissen 1 hat man kann nicht 1 2 3 4 ok let's go Lotten 2 5 6 8 8 8 9 10 9 ja wir können zehn minuten noch mal neu starten kein problem abend wird sogar hallo jungs hört ihr mich ja ich habe eine goldene Pfanne ich habe die Wirtschaftsing ich habe es eben gerade so warte mal einer hat goldene Pfanne ich schwöre ich ich wo komm mal zu mir komm mal zu mir ich habe es eben gerade ich bin der eiskönig schießen ich bin nicht hört auf hört auf hört alle auf ihr hört hört mich hören hört alle auf hört auf hört auf warte mal komm mal zu mir und von wo sag mal von wo hast du die goldene pamp du musst mir aber zeigen wo die spawnfläche ist von gut weißt du die noch er ist ja ja hör auf genau hier ja okay dann muss ich das jetzt einmal noch mal von neu machen nimmt man die wache okay na egal ich mache was ich mache es von punkt noch mal von neu ich war sie alte warst du das ist boot ok also die war hierhin wird zeigt noch mal wo das war ja hier glaube ich was heißt hier hoffentlich ich höre es auch nicht mehr genau da wo dieser glocke ist da ist ja ich mache das hier von noch mal von neu ich mache das einmal ich habe ich nicht ich habe noch nie hier eine goldene dinge genommen auf dem hat jemand recht hört auf zu euch zu pickaxen und es leckt grad bei mir rum irgendwie ich weiß wieso guck mal hör auf er denkt ich mach ich doch es hören mich alle auf der map nein vielleicht hat er sprach ja dann ja hey karim fand ich so lange baureich da ich mach das nein 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 warte warte mal gegenstand spawnpunkt ja er geht mal alle runter von dieser fläche ok 1 2 3 4 5 6 muhammad jaloux das ist das moni dass er dann sein account mit austin solchen kicken ja scheiße macht egal solche partei laden nein 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 bloß nicht warte start für noch nicht kommen ich kann ich bin in der luft ich bin gerade in der luft kann mich nicht bewegen 2 1 jetzt meine pump meiner er und nein ich teamen und wer bist du bist von einem stream geiler headshot das ist noch ein biegel jungen alter turk kommando hallo ja ich bin oder händler wenn sie zurück doch dort in der augustenstraße da lebt da lebt die familie ritter ok wir haben nie mehr weil ich jetzt nicht mehr mich gekillt haben der größte ehrenmann ich hoffe ich hoffe das war nicht mal mit ist da oh mein gott auseinander genommen hörst du mich das ist geil so zu spielen in der welt waren einmal schon mal so 20 leute drin oder so aber da musst du mal ein team machen oder ja ich glaube ja gibt es ja nur 16 teams leider wünsche es gibt und endlich team junge putzer die man schon andere seite und hat ja dieser anonym der so schlechten ich habe den gepick ex ich weiß jemand eben einer deal hat schon mal fünf wahrscheinlich das jetzt jetzt das erste mal ich hab dreckig mann ich guck auf scoreboard und du irgendwie muss ich ja meine krise auch schon machen ja trotzdem noch nicht so ekelhaft dann lacht er so ein fettsack alter ach hier unten ist jemand gespawnt wer ist denn hier gespawnt wer hat gerade ein diegelad kassiert ich ehrenmann oder wird es nicht nein wie kannst du meine wände nicht arbeiten ich hab die re-pläst ich trinke ich ja 8 warum kann ein handy wieder so viel kitzel haben aber was bei handy geil ist automatisch schießen automatisch auf kopf zielen nein das geht nicht auf kopf sein weil das händisch wieder und er sagt das geht oder bei mir nicht das wäre geil das wäre richtig geil wenn es auf kopf zielen würde bei mir nicht nicht passen nicht irgendwas aber kann sein weil guck er sagt so ja er hat schwarze lütze aber nicht geschweigert er hat schon abrufis aber man kann bei handy keine linds sehen doch man kann sie sehen wenn das keine job war mit der diegeln dann heißt es aber sami habe ich nicht weggelegt dass du armer wer hat drunter geschossen ich bin tot also rot so dritter teil komme euch und hier bei dresden warum sehe ich keinen ich habe den fast gefickt ja das war ich das war ich ich hab dich mit dauer noch eine junge moment alter der so schlecht ja dann schießt er mich noch runter opfer geburt alter er kommt gerade von hinten haben von vorne bin jetzt viel besser aber da muss erst mal gucken ich hab elf kils karim hat zehn alle habe ich viele händen switch werden ich glaube wir beide sind die besten sicher sicher ja klar wie viele kils hast du zehn echt ich hab auch zehn bist du russe oder so du bist auf jeden fall ausländer ich bin türke türke niemals bist du türke doch merkt man doch auch schon an sein name ich weiß nicht ich bin 30 das ja noch schnell nicht lieber mit ar geschossen hätte sogar mit drei schaden mehr gemacht hunderter alter nur hunderter könnt ihr ins kreativzentrum kommen wenn ich meine 15 kids habe dann komme ich in kreativzentrum 15 15 15 ich habe 50 ich habe 50 verstanden hey wir brauchen nicht einfach ja ja ich bin runtergefallen ist doch gut komm runter ja 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 ich brauche noch ein kül ja ich weiß mach mal neue spiel bitte bin raus geflogen kann nur noch zukunft ja warte wenn ich das noch ein kül mache dann verlasse ich ein kül denke ich bin als händler gut ja klar bist du holt alter der eiskönig nein ich hab drei haupt ja wegen mir und jetzt musst du sagen wegen die ach man ja einmal zurück zum kreativzentrum verlassen alle alle verlassen jalla habibi papa wer ist das 31 ey fach nicht mal glocke ey verlassen wir alle verlassen wir alle alle verlassen äh komm zentrum scheißig ja 20 leben ganz ruhig hier und schon einer pick echsen kommt lass wieder reingehen die kreativzentrum ich hatte gerade neunhundert habe ich sehe habe wir ganze zeit kommt mal alle hier hin ich baue jetzt hier dinge zur sonne metall hier hin warum was macht mir was macht mir kommt alle hier hin cyrex ja du musst lauter sprechen jetzt geht's oder ok kommt alle hier rein hört auf zu töten hört hört auf zu töten aber wir machen wir morgen zur sache darf ich anfangen na geht erstmal hier alle geht in die box rein geht nur in die geht in die box rein geht in die box rein geht in die box rein so stellt euch alle an die wand stellt euch alle an die wand was du jetzt karim sagt nein geh hier rein warte mal ey morgens kleiner hundesohn moment alter ich hoffe du wirst vom bus angefahren also jetzt bleibt mal bestehen 1 2 3 4 5 6 7 da hinten ok das sein moment dann werden wird immer kicken wenn es geht muhammad jalur geht leider nicht kannst du aufhören man nervt nicht bruder so hier aber jetzt geht's los moment heißt halt wirklich mit nachnamen ja lull ja lull ja lull ja lull ja lull ich habe den jahr lull auf den grundschule ich habe den immer ja lull genannt jeder hat den jahr lull genannt ja lull und dann kam dieser nutella sag 1 20 auf die idee ihn jahr lull zu nennen und dann haben wir den noch mal so genannt hä habt seid ihr schon gelandet ne 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 da ist zum anderen r ok re� ok den sommern recht viel ich kann nicht mehr dagegen das konntest du noch nie kapper da hat sich jemand den skin gold den ich holen wollte aha kommt noch einer von hin so kleine hits und dann holen wir dich dieser feuerhund da ne dieser feuer schlacht ist ein kleiner 31er hat sich geschossen das gilt dich und kommt von hinten kennst du den laser würde ich mal sagen dreckiger eiskönig ja dann packt ihren keks fachsend tv alter geil kommen wir runter ihr besser erst nicht so auch kein schild der morgen muss wieder runter schießen da muss ich wieder komplett an den regeln halten ihr moin ich kipp jacke jetzt noch verliert ich lacht genau für mich ist ach moin ich rufe den gleich an sag ihn er soll raus gehen und täglich seinen anderen account ich habe dich runter geschossen mhm warte ich hab whatsapp bekommen äh ich glaube ähm warum heute mal ne erste runde oha alter ist ja runter gegangen oder nicht weil ich habe eine halbe stunde ab mitsche schreibt boah wieder du wieder ich hab 15 ich bin jetzt mal eben dieser schweiz feuer skin alter ja ja jetzt aber da ist der dreckige eiskönig ja du hast übelst aufgeregt alter ja du bist ein komisch gespielt ich habe da gibt es eine ehre verkaufen kann du willst nicht wissen was passiert ist ein bisschen hat bist du schon mal die eier kohlen du ein feuerschlafen hund ich wollte mir den spin heute aufholen ach da ist der pro player wieder hallo nein nein stopp 10 100 dein ehemal warte chill m es nur noch nie der zielte den bock ich hab sechs kill der meister dreht der heimlich spieler ich schwör ich jetzt nur noch auf den eisen oh ich hab dich so auseinander genommen ne flex oder wie du auch immer heißt naturkommando ja dass der handy spieler ich dachte ich werde es nicht verkackt safe tante shanty nun zweiter kauen ja ne tante shanty nein die ist tante shanty ist aber viel krasser als die minister der eiskönig aber der spielt auch krass kann ich jetzt nichts gegen sagen ja schießt mich runter genau genau junge mann hör mal auf mit arz zu spielen die ganze zeit ich spiel die ganze zeit mit pump diegeln und auf auf entfernung spiel ich mit arz ich gucke erst mit arz drauf junger du bist schlecht alter du spielst ekelhaft im nack auf mit ar warum mann nein hör mal auf hättest du nicht mit ar gespielt hätte ich zu 100 prozent geholt nicht zu 99,9 zu 100 prozent höre auf zu bauen hast du noch schön ihr habt noch genug ja ich triff die aber eher können ihr spiel beenden aber sagt erst warum wir spiel beenden sollen nennen wir einen grund warum ich beenden soll dann kann ich vielleicht ja sagen oder auch vielleicht nein ich will mitspielen ja okay wenn ich 15 kills habe können wir das machen oder wir machen uns in zwei minuten dann beenden war und dann kannst du mitzocken um 14 oder kommen machen wir einfach 13 aber bei 13 dann bleiben wir auch und dann guckst du jetzt eben die zwei minuten zu dann ist er jetzt auch nicht so schlimm die zweite mal ja moment der soll gleich verlassen der spaß hier schwöre schießt man nicht runter den land sagt moment er soll gleich verlassen selbst verlassen der schutz um seine ehre stehen mit einer hand komm ich beendet jetzt sagt er soll jetzt verlassen sagt ihn jetzt sag ich jetzt dann kriegt er zehn europäische informieren wenn er verlässt dann kriegst du zehn europäische end von karim ja du sollst erst verlassen was hat er gesagt wem hast er hört auf zu pick kummer ich mache hier boxen und ihr stellt euch jeder in eine box rein ich hab den auch irgendwie getötet aber irgendwie auch nicht ich habe mich hier gleich ein bisschen offener hier mit diesem 2 einfach was mich rein ja hier ich sterbe jetzt wenn ich dann noch mal picket bin ich tot wenn nur noch einmal wendig ex bist du tot einer soll hier die box einer soll hier in die box reich ich gehe in eine box weil ich kann ich habe nur mehr 20 kapitel ich muss rein ich muss rein ich brauche mich zu bist du schmarrn einer soll hier in die box sein hier kommt mal hier hin hier kommt das hat den austen kann ich wenigstens ein fenster habe ja aber ich kippe ich habe platz an ich würde gepickt wo dieser roten ritter aber wer ist das ich auch auf kaffee wo haben wir es ja lol geh raus, geh raus das hat Flee nervt da hab den Kot seinen Ehre-Kammer kommen wir jetzt alle in eine Box rein darf ich da rein ja komm ich hör kurz Musik bisschen ich bin, warte, ich fahre erstmal nach PSN Raffles, ich bin jetzt weg ich pass auf, dass die das ausbricht, ok stell dir, ey, hallo, komm, komm hierhin yallah so, und du stell dich auch in eine Box ich bleib hier draußen nein, nein, du gehst auch jetzt in eine Box, yallah, komm oh man komm hierhin ich will eine für geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg so komm mit mir komm mit mir komm hierhin geh in die Box rein hier in die leere Box so eigentlich meinst du hier nicht, aber egal ist auch einer, hier ist auch einer hier ist auch einer hier ist keiner, hier ist keiner da ist aber einer ich guck jetzt eben, ob ja, genau, stell dich hier hier, hallo, hierhin ja, Junge, egal, so so hier läuft noch irgendwo einer rum geh hier rein geh hier rein so eins zwei drei vier fünf sechs sechs sieben acht Karim so, wir sind acht Leute mit mir sind es neun wenn ihr mich alle hört aber dann springt alle in die Luft einmal ach, fuck, ich kann nicht springen Bruder, ja ich schwöre dich ich schwöre dich aber Karim, äh, denkt sich hier gleich hier und sagen, okay also ich bin der Afgat, der mit Eisbrecher der mit Bauplan gelangen in der Ecke steht, der ist Afgat der holt sich grad eine PSN-Karte wer holt sich eine PSN-Karte? Wupser also der hier, warte ich bin hier, der, hier, der ich bin hier in der Ecke mit Bauplan ich bin Afgat so lange, kurz ich lasse hier das neue Legends Lava Legends Pack ich lasse euch sofort raus du kannst schon mal rausgehen ich geh wieder in meinem Box rein Mann, Mann, was ist der was ist mit dieser schwarzen-roten-richterin hey, hör auf wenn du mich hörst springe einmal in die Luft so du hörst auf zu Pick-Echsen hast du mich verstanden wenn ja, dann springe einmal in die Luft ja, okay, passt schon passt schon Mann, jetzt Pick-Echsen wer? ja, der Schlangen-Skin der Sterner aber, derer warte, die so wenn ihr mich jetzt alle hört dann springt einmal alle in die Luft einmal einmal alle so, okay einmal, okay hier, du du hier, hallo Lux wenn du mich hörst springen in die Luft ja, hat mich nicht egal passt schon wir starten einmal nochmal von neu Mama, wer bist du jetzt gerade, der mit mir spricht? ich ja okay, Cyrex ich lache ja, du bist noch mal bei mir, ne? ja, okay warum so inaktiv geworden? ja, du machst nie mehr Streams was ja, als ich Streams gemacht habe, warst du inaktiv ich muss einen Moderator von mir anrufen eben ein anderer Moderator okay, jetzt bin ich wieder aktiver, weil jetzt habe ich richtig viel lernen müssen aber jetzt bin ich wieder aktiv ey, mit Holz bauen sollt ihr Mann warte oh, fuck Mann, wer kommt da von hinten und von vorne? jalla, es geht los halt's Maul hä? ah, von hinten komm oh Mann, was? komm 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 oha junge play volt alter kannst wir mal da waren die hits am stüssel bitte und du baue dich mal nicht so hoch da wo sind wir hier sind wir hier bei deutschland stehen zu post hasa sehr schlechte oh mein gott ich bin so unaufgespielt und eingeschrieben soll ich sagen eingespielt irgendwer baut damit metall bei mir da ach das war boots der epic scheiße das ist maxi pisch ich schießt mich einfach runter ich war sorry nicht fachmann das mit krein der sohn der spielst du mit im nacken hey wenn ich jetzt ab oha es connectet nix mein gott der probiert mich mit ar zu holen ich gebe dir einfach ich gebe dir 190 und der stirbt nicht nur dein ernst dass du jetzt kommst alter meine güle er mein ernster kommt berliner bahnhof ich will massenschlägerei sehen aber lass das vorher bei der polizei anmelden kappa spaß ich wohne zum glück nicht in berlin als größte dreck stadt sollte oh mein gott er so ein camper der mich frahe da hast du drecks eiskönig der noob und der andere hat nur zehn habe ich kann ich kann gar nicht mit juma namens gehen da weißt wieso wegen schule es klingt ich würde es von 13 uhr bei uns denkt man aber 12 30 jahren bei uns auch es legt bei mir hat gelegt oder ich bin keine kiss mehr ich gebe dir 190 auf die line zu killen so ein afk player afk spieler zu killen ist einfach so ehrenlos und sohn wer ist nun so das geht wer bist du hallo 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 ja wie heißt du in gk nix bei dir aber wer bist du in singen ach so ich bin grad live auf youtube damit bescheid weiß eiskönig du bist so ein spammer die ganze juliano ich kann ja schon raus das war so ein herrer alter der da gerade mit musik drin war ne sind kiffer ne echt ja das ist von von dem mädchen mit dem ich cool bin sie ist mit ihm cool sirex also bist du ein nook ne hallo ja was geht bruder nix bei dir ich bin immer gerade live auf youtube ja ich zeige ich will da so ne große schnauze ne ich zeige das hast du grad nicht ernsthaft gesagt ne bruder wie heißt du auf youtube bruder wie heißt du auf youtube sag mal wie heißt du auf youtube schreibt mal auf youtube warte schreibt bruder der positive aber der dass der das demos groß abstand positive primus klein primus groß sein rest klein was egal oder ich schreibe es immer anders positiv oh sorry da live black ops ja ja ich bin aber gerade mit abonnenten kreativ ich bin auch ein abonnenten bruder ich bin auch ein abonnenten kreativ boah mach mal auf mach mal aus mach mal aus ich bin auch ein abonnenten kreativ ich bin auch ein abonnenten kreativ was das für ein submover Buddha geil Haram hier und sonst oder wie geht's dir oha 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 ja wahrscheinlich alter du gehst mit den Witz und so wie ein Papier und Ticket selber mal drunter ich muss mich absagen wer junge alter was er noch vorwärts einfach runter oh mein gott alter richtig schlecht aber ich bin ja okay ich bin hier gerade mit abonnenten das geht nicht ich bin grad live wer baut mit metall nur mit holz bauen wo sind die kills scheiße da wohl schon geholt ist julie noch da ja wo ist die bei mir hier macht sie sich gerade ein nein der hat gekippt warum ja nur so wie ist das der von oben oh man das krank er juckt das nicht dass er schaden bekommen bruder er macht einfach direkt drauf wechselt schade also schon kranker typ wer wer ist das man weiß dass sie sagt dass ein handy spieler und handy spieler ja ich höre handy spieler als das war so junger alter play wollt was machst du da so jumps darum wie so ein känguru krank krank wer ist das da unten headshot 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 wer geert mir den jetzt hier alter du keiner stopp mir was ab alter doch ich hab den ganz gut da bist du richtig auf alter ich krieg dich jetzt schüss 3 2 1 macht kein schalt soll ich die entfernen wieso warum sollst du war es heute nicht schon mal was nein du sagst auch nicht ja geht doch nicht so ich schule schwänzen ja ich kann auch nicht schulschwänzen ach es soll nicht schlimm bist du eh so im sechsten schreiber aber man nimmt ich lange im schriebe aber aber allah kahretz insommer mit 20 hp ja ich hab mehr hp gehabt als du mehr das sind und 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 ich ich lebt er noch ich mich schon tut aber ja auch geht er ist nicht aufgadern ist es nicht schlimm aber muss mein handy aussehen ich muss doch mal ins chat lesen was reingeschrieben wird und es gibt zum und die ich ich auf ich bin aufgabe auf ist die macht eine eigene werbung da auch holler auf ach das ist ja noch gehen komme ich hole den easy habe ich noch viel akku für mein controller ja noch drei walten handy sieht bisschen kritisch aus schlatt mal auf aufruf hat der stream eigentlich schon gemacht 4 oder vier aufrufe lustig ich glaube ein paar hundert das ist krank man bedwacht ich brauche nur eigentlich brauchst du leh ne ne wa ne 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 pak unity allah karetz in namn vat eine drecksecke ne re 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 ja ja yeah Oha, er knallt ab Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind die Headshots. Das war's für heute. Das war's für heute. Giuliano, bist du in der Map überhaupt drin, ne? Nein, ich guck zu gerade. Wem guckst du zu? Hä? Wem guckst du zu? Burgkommando. Warum? Ne, nur so, ja, ich starte dann gleich neu, okay? Warum? Man starte neu, oder? Soll ich jetzt, soll ich jetzt machen? soll ich jetzt starten mega bruder ja komm ja noch 21 20 gehabt 19 egal sollen wir gleich sollen wir gleich auf einen anderen map von mir spielen dass so eine turtle map oder so wie man das nennen kann das ist halt ohne bauen da kann man nichts bei uns das ist halt so eine box und so und das und dann kannst du hoch fliegen kannst du von da so runter ballern von mir aus kann wir mit ein paar machen ja machen wir mit team ja ich würde sagen mit team weil das mehrere leute ich glaube das sind sechs leute zwei teams noch mehr drei gegen drei oder wir machen es aber jetzt ist jetzt ist das gerade alles gegen alle das ist alles gerade drinnen bootstrasse du bist du damit fahre keine ahnung play world die kürzeln die du Juli oder noch sonst da keine ahnung irgendwas da ist der drecks als könig 7 die strahlen Prozent was ich oder ich gebe ihnen so viel hin zu sehen zu uns vermitteln zu sehen die Kiste guck mal wer hier ist soll ich nicht killen nein ich teame nicht hier ja komm jetzt gehts weiter ich hab mich mal als eine waffen alter egal hier haha du wixer hier hier ich hatte nur die schon jetzt meine waffen wieder zurück die pump und die ar dahin ist glaube ich der eiskönig wenn mich sicher da bist du julian oh tschüss tschüss ja tschüss ne dein aim das ist gut da kann ich nicht sagen gegen dein aim aber nicht runter ballern nicht runter ballern ok tschuldigung bruder tschuldigung wusste ich nicht ich fasse runter ballern mein aim grad zu gut bruder ja 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 der ja ich habe ja moin oh, 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 wie ist du auch noch hast du bemerkt, dass ihr ganze gegenseitige Käpt'n ich schieße mich los ich schieße mich los und danach kommt ein anderer das war das ist aber noch ein ey, der ist wieder hyperaktiv, alter ich werde gerade von allen Seiten yallah, komm, wir verlassen alle, kommt raus ich nehme andere Map, ich nehme andere Map yallah, komm, ich habe Bock ey, scheiße, alter ja, kann man mal machen yallah, kommt mal alle raus hier ich bin schon draußen mit ganz gut scheiß bin ich das in die Map reingelaufen scheiß hä Dein Kollege kann jetzt reinkommen, der Fruchtzwerg. Wie lange streame ich denn jetzt eigentlich schon? Zwei Stunden. So, hallo, hört ihr mich? Ja. So, kommt mal alle hier hin. Kommt mal alle hier hin. Kommt hier rein. Hier, hier, hallo. Hier hin. Hier, hier, kommt alle hier rein. Das ist die falsche Map gewesen. Alle nochmal zurück. Zurück zum Kreativzentrum. Ihr müsst einmal alle nochmal verlassen. Alle hier raus. Ist das die richtige Map überhaupt? Warte nicht, ich gehe nur rein. Ich gehe nur rein. Nicht reingehen. Nein, okay. Das ist dann die drei. Die drei ist das okay. Die drei, die drei. Ich check das. Nein, ich reine nicht rein. Die drei muss das dann sein. Ja. Ja. Okay. Kommen mal alle hier hin. Ja, außer ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. So. Hä? So, jetzt kommt rein. Anzeige Back, Anzeige Back. Okay. So. Kommt mal alle hier hin. Kommt mal alle hier hin. Hier, 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 hier. Ich bin in der Luft. Ich bin hier in der Luft. Stellt euch alle unter mir. Hört auf, hört auf, hört auf. Kommt hier hin. Hier, stellt euch alle hier mal an die Wand. Ich stelle euch an die Wand. Ich will sehr, wie viel ihr seid. Kommt mal. Kommt mal. Kommt doch rein von den D. Achso. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wie viel Teams soll ich machen? Vier. Ich hab nur 35. Ich mach, glaube ich, fünf Teams. Ne, vier Teams. Ja, da haben wir zwei Teams. Teams. Vier Teams. Soll ich Sniper nehmen? Oder was soll ich für Waffen nehmen? Habt ihr einen Vorschlag? Äh, Heavy? Nein, Schall. 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 Welche Schallgedämpfte? Ich glaube, Mach, mach nichts, mein Gott. Ich glaube, ich nehme die Schallgedämpfte Maschinenpistole. Hey, hör doch auf. Lass dann nur mal gar nichts. Nein, 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 nein. Was soll ich nehmen? Maschinenpistole zu den Nackenpuffen. Ey, nimm mal LMSG. Ey, nimm mal LMSG. 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 Nein, 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 nein. Wir wollen mich immer welche rumringen, alter. Ja, kann ich nichts machen. Ich glaube, ich nehme die taktische Maschinenpistole. Ich habe mich allgedämpft, ich bin schon. Nein, 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 nein. Ich bin jetzt fixer. Allgedämpft ist mein, mach mehr, aber. Meine Insel. Nein, jetzt sonst hab ich drückt. Ähm, Gebäude im Spiel an, anwenden. So, und jetzt muss ich, da ist wieder so ein ADHS-Kind. Gegengestehender Spawnpunkt. So, das haben wir jetzt. Okay, so, und jetzt nochmal auf die andere Seite, dann sind wir eigentlich über die. Man kann halt auch nicht auf der Map bauen, was auch dumm wäre. Ich bin außerhalb der Map, außerhalb der Map. Außerhalb der Map, wie das? Ja. Ja, ja, hier, du kannst auch gucken. Hör doch auf, du ADHS-Kind. Ja, gut. Warte, ich will Spawner. Ich will Spawner. Ey, rote Ritterin, ich weiß ganz genau, du hörst mich und hör auf damit. Und's Kiki steh ich. Okay, ich bin da drin. Ist hier ein Loch in dieser Dingensda-Map? Nein, ich hab Ressourcen aus, Gebäude im Spiel platzieren, muss auch Gebäude anwenden. Tschüss. Ey, wirst du da mal das Spawner haben? Und wer hilft mich auch? Scheiße, Alter, er hat eine Waffe bekommen. Jungen, der ist wenig HP, ich hab den angehiertet. Der hat kein Schild mehr, Jungs. Tschüss. Oh, ich hab den fast... Okay. Wie viele Leute sind wir jetzt hier? 500 Stück. Hä? Wo müssen wir hin? Ihr müsst respawnen. Ihr müsst respawnen. Ihr müsst respawnen. Ihr müsst respawnen. Ah, ich glaube, Bart muss nochmal beenden, weil es haben welche gequittet. Deshalb, ich muss zwei Teams machen. Ah, und dort muss auf 5-0 gemacht, um es auf momentisch machen. Ja, ich weiß. Alle respawnen nochmal, dann seid ihr da drin, respawnen, das nutzt euch nix. Meine Insel. So. Wo ist das gestartet? Können wir endlich mal starten? Spiel starten, so, jetzt. Okay, hört ihr mich gut? Mhm. Ich bin nicht mit dir in deinem Team. Hey, ich kann nicht zocken, Bruder. Bist du mein Team, du Idiot. Ja, respawnen, drück mal. Die Options, Sassoon, an Schitter respawnen. Doch. Du gehst mich einfach um vorsteigen. Ja, mein Team, du gehst mich einfach um vorsteigen. Du gehst mich einfach um vorsteigen. Nein, Hunge. Hä? Warum könnt ihr die Gebäude zerstören? erst mal drei mann hallo ja ja ich war ein kombo geht ja nicht wieder einfach draufschlagen dann könnt ihr bauen junge mann ja der eine der adhs typ kann bauen mein gott alter alles so verkrackt auf dieser map ich bin ich bin auf wie soll man jetzt hier rein warte bauen im spiel wo bist du jetzt hier vorne am chillen wo hier das heißt hier bist du in dieser box drin nein warte ich such dich mal jetzt vor bist du hier komm komm hier rein hallo ja hier war irgendwo noch ein loch in der land ja du musst auf respawn drücken drücken auf die options taste links neben dreieck links ja anwenden ja jetzt er werfen beim team du ich bin dein du glaubst du die ganzen waffen hier hallo warum könnt ihr bauen hört auf zu du hast fast voll ab alter hört auf zu bauen die hurensöhne mann fickt meinen kopf alter die kleinen bastarde hör doch auf zu bauen alter jo du kleiner hurensohn mann ja da hab ich deine mutter gefickt du hurensohn mann wenn ich aufhör zu bauen der kleine bastard mann kleiner hurensohn alter fuckt der mich ab hier alter du hast da bastard mann oh mein gott die bauern das ist alles jonas fix von unserer kopf was ist das für scheiße mann sollen wir auf einer suche und verstecken map spielen ja bruder ja aber lass mal ein bisschen ficken hier mann ich hab bock ein paar Leute zu kennen mann bockt schon hier aber auch auf zu bauen gut hast du gemacht wurde ah einer kommt zu mir ja ich kann nicht jo 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 na ich weiß ich kann nicht auf ihn schießen als kennst du diesen mann der lacht so joh 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 mal habe ich seine mutter gefickter alter keine Ahnung von sohn da bekommt der hitz der spaß die junge dieser play den gister scheiß skin ich habe ihn gefickt alter ich hab den week geschossen habe ich den ah krassen scheiße mann ah das ist scheiße alter aber die map die ist geil ne wallah ich hab die selber gebaut alter ich werde jedes mal wieder geschworen alter ja weil sauber 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 lass mal suchen und verstecken mehr gucken ja komm kommt alle zurück zum zentrum zurück zum zentrum ich kann bauen kommt alle zurück zum zentrum hier 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 kommt ja alle hier das lädt hier gerade komm komm raus komm komm raus hey komm mal alle komm 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 dir hallo ja hier reingehen get on my level get on my level einfach eingeben ganz easy ma hä ich kann nicht zocken ich auch lol hast du gta 5 ich kann nichts machen gar nichts ja ich kann aber gar nichts machen ich muss einmal game neu starten geht nicht ich muss